Hallo, mein Name ist Joana Canusco und ich bin die Vorsitzende vom lokalen Tierschutzverein hier aus Kalamata. Ich wurde hier heute eingeladen von Dash, um über Adoptionen zu sprechen. Einen Hund zu adoptieren ist nichts, was man einfach so spontan entscheiden sollte, denn es gibt einige Dinge, die man beachten sollte. Zuerst und als aller aller wichtigstes ist es, dass man sich klar darüber wird, ob man diesen großen Schritt gehen möchte, denn einen Hund zu adoptieren ist eine Entscheidung für die nächsten 10 bis 15 Jahre. Wenn du einen Hund adoptieren willst, sei dir sicher, sei bereit dafür, denn du wirst deinen Lebensstil verändern müssen. Du wirst dich deinem Hund und somit deinem neuen Lebensbegleiter anpassen. Wenn ihr die Entscheidung getroffen habt, einen Hund adoptieren zu wollen und ihr euch der Verantwortung und der Umstellung im Leben bewusst seid, dann bitten wir euch darum, geht doch zu einem lokalen Tierheim oder einem lokalen Shelter oder schaut euch im Ausland um. Es gibt dort viele Shelter. Wir empfehlen und bitten euch darum, Hunde aus Tierheimen, Auffangstationen und Sheltern zu adoptieren und nicht von Zuchtstationen oder Welpenshops. In Zuchtstationen und Welpenshops werden die Hunde oftmals nicht gut behandelt. Die Hündinnen dort werden dazu gezwungen, wieder und wieder Welpen zu bekommen. Sie werden nicht gut behandelt. Es geht nur darum, Welpen zu produzieren und zu verkaufen. Es kommt so häufig vor, dass Hunde aus Zuchtstationen nach und nach starke und schwerwiegende Gesundheitsprobleme haben. Also wir bitten euch, hört auf Hunde von Zuchtstationen und Welpenshops zu kaufen und geht zu einem lokalen Tierheim oder einer Auffangstation im Ausland. Bitte, bitte gebt diesen Hunden eine zweite Chance. Zeigt ihnen, dass wir Menschen ein gutes Herz haben. Also wenn ihr euch dazu entscheidet, einen Hund zu adoptieren, wir würden uns riesig darüber freuen, wenn ihr auf unserer Website vorbeischaut. Wir haben so viele tolle Hunde, die nur darauf warten, dich und ihr für immer zu Hause zu finden. Also bitte kontaktiert uns, wenn ihr einen Hund adoptieren wollt. Bitte denkt an uns und gibt unseren Hunden hier vor Ort eine Chance, ein tolles Zuhause zu finden und ein glückliches, sorgloses Leben zu führen. So ihr Lieben, das war es erst einmal von uns über Adoptionen. Wir würden uns riesig darüber freuen, wenn ihr euch bald bei uns meldet und uns mitteilt, dass ihr einen unserer tollen Hunde adoptieren möchtet. Wir danken euch herzlich dafür, dass ihr fleißig unsere Videos anschaut, unsere Posts auf Facebook und Instagram liked, teilt und kommentiert. Vielen, vielen Dank, dass ihr fleißig dabei seid und uns so toll unterstützt. Dankeschön. Bis dahin, macht's gut.